Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu Rai's Sohn Roms. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja gesehen, wie der Kaiser den König der Briten umgebracht hat. Ne, der Kaiser nicht, der Sohn vom Kaiser, im Auftrag des Kaisers. Und mir ist so der Gedanke gekommen, unser Held hat ja dann gesagt, Marius heißt er ja. Nicht die Briten, nicht die Berbaren haben meinen Vater, meine Familie umgebracht, sondern es war der Kaiser selbst. Also er scheint jetzt gegen Rom zu sein. Irgendwie kam mir das so vor. Wir müssen jetzt die Stadt York verteidigen, damit unsere Zivilisten zum Hafen kommen. Und mal sehen, was uns jetzt erwartet. Ich bin schon ein bisschen gespannt. Es wird auf jeden Fall zurück nach Rom gehen, denke ich mal. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Auf jeden Fall schön, dass ihr wieder mit dabei seid und los geht's. So, hier sind wir ja geendet. Habe ich ja schnell Pause gedrückt, damit es nicht weiter geht. Es sind überall Kampfgeräusche. Wir haben, haben wir noch Sperre? Nein, haben wir nicht. Natürlich haben wir jetzt keine Sperre. Wir sollen die Mauern irgendwie verstärken. Was werden wir denn mal tun? Ja, Götter behüten uns. Können wir uns nur das Schwert nehmen? Nein. Nichts können wir uns hier nehmen. Schade. Oh, wie sieht's denn hier aus? Ach du Scheiß. Feuer. Ach du Scheiß. Das sind zu viele für uns. Das möchte ich auch sagen. Wir haben zu viele Belahrungstürme und so. Naja, wir halten doch die Stadt hier nicht. Hier gibt's Sperre. Die nehmen wir uns erstmal mit. Oh Gott, das wird eine Schlacht hier wieder vom Feinsten. Junge. Die Mars, steh uns bald. Was? Das habe ich noch nie gesehen. Nur Jupiter. Eine große Schlacht erwartet uns. Sie stehen vor unseren Toren, um uns alles zu nehmen, was wir haben und was wir lieben. Sie sind entschlossen, uns alles zu rauben. Zeigen wir ihnen, was wir dazu sagen haben. Feierabend! Alter, was ist denn hier los? Was soll ich denn jetzt machen? Schießt mal! Ja, erstmal placher Ja, die kommt! Ich denke mal, das muss ich machen, dass die hier ja nicht hochkommt Ah, da sind schon die ersten Leiter oben ist schlecht Du bist weg, dahinter ist schon wieder ne Leiter Ich hau die erstmal um Aua Immer schön schießen Oh, danke! Da müssen die Leitern da hinten umkippen Ah, Quatsch! Alter Oh, oh! Ich seh hier wieder gar nichts Alter, kannst du auch mal zuhauen? Nur mal so, tut Spaß! Was? Ah, der los ist da gerade Das ist schon wieder ne Leiter Können die die nicht umstürzen hier? Aua Kannst du mal aufhören Um den Rücken zu hauen? Kannst du sowas? Dann schieß doch mal weiter Ballisten? Zieht auf die Belagerungsmaschinen Sie sind in Reichweite Genau Schieß darauf Da hinten ist wieder ne Leiter Die ist gerade umgekippt Sehr schön Kann ich hier was machen? Eigentlich nicht, wirklich So Ich denke mal Wir müssen versuchen, dass wir die Leitern so gut wie möglich wegkriegen Wir müssen versuchen, dass wir die Leitern so gut wie möglich wegkriegen Weg mich! Damit nicht allzu viele rauskommen Das ist so meine Hoffnung gerade So Mein hat doch nicht immerhin geschütt So Okay So Schön Und So Gar nicht da ran Eigentlich Also so hätten wir schön kriegen haben können Das ist immer schöner Sag mal Hörst du mal? Hopp jetzt hier um zu eieren Oh Wo komm ich denn her? Autschi, Autschi, Mann Salve abfeuern Ich denke der Stöß hier die Leiterhaut Oh Schießen, Schießen, immer Schießen Das war ein Feuertes, Männer Zerstören oder was soll ich zerstören? Zitzen 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 Schreie Zitzen 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 D Kannst du mal aufhören? Ich bin hier gerade beim Seile durchschneiden, Mann Kannst du nicht? Was ist euer Befehl? países Fokus schützen! Feuer! Oh, den hat's hab ich. Da kommen immer mehr! Feuer! Deck mich! Ja, deck mich! Gib mir nochmal Deckung, verdammt. Oh, da bin ich weg. Danke. Janu, mach mal da das Beide. Ach, riesig doch nicht. Lasst uns... ...Hüpter angreifen. Im Grunde sagt er immer das gleiche, oder? Kann ich hier runter gucken? Da sieht man ja nichts. Und Schuss! Und Schuss! Steh doch nicht da rum! Schmeiß die Leiter rum, ey! Geht's! Weck's! 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 So! Weg mit der Leiter! Langsam wird's nicht echt... ...affig! Aua! Weck's! Weck's! Weck's Feuer! Weck's Feuer! Weck's Feuer! Weck's Feuer! So, Leiter weg! Und fliegt dann auch mal weg hier. wow helfen wir da hinten noch ein bisschen aus schön dass ihr hier so rum steht ist ja auch nur staunend los warum steht denn der da hinten einfach nur rum hörst du auf mir in den rückensaugen das ist aber schon was zu viel kapieren dann kommt der ja nicht zum durchschlaufen und wir haben gewonnen ok ich begebe mich zum schiff kommt ihr mit oh ramburg sieht ja auch gut aus na gut das sieht nicht so gut aus hier drinnen ja oh gott das südhör ist gefallen die stadt wird überrannt werden bringt diese menschen zu den schiffen die toten hier ich muss den hafen erreichen gibt es einen anderen weg ja herr durch diese armen siedlung dort durch die armen siedlung hört sich gut an äh welche wo muss ich denn jetzt hin ach der meint mich da hinten da hier durch nö kann hier sein warte mal hier sind wir die kaputt machen ne wer winkt überall war gut da jetzt noch nicht zur armen siedlung da da aber ich will hier trotzdem nochmal überall gucken weil das hätten wir sonst nicht gefunden oh gott ob es hier zum kampf kommt die briesen kommen ja ich auch aber ich will zum schiff schade nein habe ich keine zeit da bist du ich sehe nichts oh nehmen wir erstmal dich hier aua 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 hör doch mal auf mir weh zu tun ich bin doch zivilist will nicht zum boot irgendwie habe ich das ich fühle die werden immer schwerer los weg da weg da ich sehe nichts ich sehe nichts ich sehe nichts manno ich glaube das war hier mit dem Schild und dann zack warum wirst dein kollegen nicht komm mach mal den erst mal schack hier den erst mal sooo nur noch du und ich ich kasse diese doppel schwertkämpfer ich kasse sie wie die Pest ich kasse sie wie die Pest und hier kommt der Fetturio um den römern den tag zu retten genau der bringt Röntger uns aua komm runter da hat die Pülderfogel warum stockt das Spiel permanent ich kasse sie mann dieser scheiß der ist so blau und das tut behaktet nervt man ja auch gerade wo ist denn der ich hab keinen ah da oh der ist weg das du mich triffst war mir klar man hätte es wahrscheinlich intelligenter machen können hier kannst du mal dir die Dinger da nehmen dankeschön ach Gott probiert es euch Leute alles gut so komm ich jetzt hier weiter oder komm ich da weiter hallo Bärchen so der hat ja vor zwei Speere drinnen aua alter Mann weich doch aus ey dreh dich doch mal weg kann ich dir sagen dass ich dich hätte ganz ehrlich so egal was du machst stirb alter da kriegt er zwei Speere ab und der stirbt einfach nicht kann das denn wahr sein ich hab den Speere super Mann no ihr sollt mich nicht töten jetzt sind Zivilist so bisschen Ergie ja genau so muss es sein wieder ein bisschen Lebensenergie ja was ihr den Briten antut tun euch die Briten gerade an hab ich das Gefühl ja ja ich bin ja unterwegs ich bin ja unterwegs ich bin ja unterwegs ich helfe ja jedem hier ich bin ja hier Mami für alles hier mit dem Wagen halte ich für ne gute Idee ich komm da nicht durch toll ich darf weiter durchs Feuer latschen nochmal gibt's da was? nein da gibt's nicht und ich finde es auch ein bisschen schwierig dass gerade in so gefährlichen Situation man schleicht wenn man schlechen will kann man nicht schlechen und wenn so eine heikle Situation ist da schleicht man plötzlich durch die finde ich ein bisschen schwierig so komm mal hier runter sieht ganz gut aus äh darf ich mitfahren? ey ich sollte zum Hafen Jungs toll ok ich muss da wohl umräumen und jetzt schaffe ich nicht weil ich den Wagen brauche wahrscheinlich ich möchte glaube ich immer noch hoch hoch mit dir hoch mit dir so kannst du uns vielleicht noch ein bisschen Energie besorgen? ne leider nicht ja ja ist ja gut ist ja gut ich hab wieder ein bisschen häufiger gedrückt als nötig ach kaum nicht schon wieder so einer ich hasse den und jetzt wieder wenn ich nicht mehr mit dir nötig die und wegkriegen ich finde es manchmal schwierig, dass man nichts sieht ist er tot? nein, ist er nicht ach, da sind schon wieder andere oh, und jetzt aber mann, lockt die Brücke ab wenigstens habe ich den, keiner weg gib mir deine Lebensentwicklung schön abgearbeitet hat er wieder ein bisschen heilen hier ja, ja, ich fliege ja, ich fliege ja siehst du, was ich hier alles machen muss? oh, hier sind schon viele Römer gestorben und hier war eine Backstube, ach, herrlich so viel Tod so viel Blut so viel Blut aber die Folge werden wir für heute beenden und hoffen, dass wir aufs Schiff kommen und in der nächsten Folge mal sehen, was uns da erwartet ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich obwohl es sehr kampflastig wieder war aber da war es nochmal früher sage ich tschüss und bye bye bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.